Wir starten unsere heutigen Blu-Ray-News mit Drive aus dem Jahr 1997, in dem Marc Dacascos und Kadim Haddison die Hauptrollen spielen. Dabei handelt es sich um einen Body-Action-Streifen, in dem Marc Dacascos eine Art Superkämpfer spielt, der einen Chip implantiert hat, den er an eine Firma verkaufen möchte in den USA. Er flüchtet da aus China und die Erfinder, die eben diese Technologie erfunden haben, diese Firma, die jagt eben Marc Dacascos, weil sie nicht möchten, ist ja logisch, dass ihre Technologie an die Konkurrenz verkauft wird auf seine Flucht. In Amerika stößt er dann auf den Charakter von Kadim Haddison und so müssen die beiden sich zusammenschließen, um gegen die Verfolger anzukämpfen. Turbine Medien veröffentlicht den Film am 31. Mai 2024 in drei verschiedenen Cover-Varianten im Mediabock. Hier sind zwei Blu-Rays enthalten, also keine Blu-Ray- und DVD-Mediabock-Veröffentlichung, sondern zwei Blu-Rays. Die einzelnen Covers sind jeweils limitiert auf 999 Exemplare, 666 Exemplare und 444 Exemplare. Und hier sehen wir das Ganze aufgelistet. Es gibt auch mal wieder ein Triple-Set für alle Leute, die gerne das Full-Set haben oder sammeln. Da gibt es ja auch einige von euch und die können dann hier 11% sparen. Wir können uns mal die Cover-Variante A etwas genauer angucken, sehen das Ganze ohne diesen Uncut-Streifen hier mit drauf. Und da sehen wir auch schon, dass hier erstmalig die US-Fassung mit deutschem Ton an Bord ist. Den Film gibt es in zwei Fassungen. Zum einen in der Originalfassung, die ist so um die 17 Minuten länger als eben diese US-Fassung. Damals haben wieder die Produzenten Hand angelegt, weil sie gemeint haben, der Film wäre viel zu lang. Haben den Film dann auch noch einen anderen Soundtrack verpasst, so eine Techno-Mucke, weil sie gedacht haben, da werden die Jugendlichen ja etwas mehr drauf stehen. Gott sei Dank gibt es eben beide Fassungen hier an Bord. Und da kann dann jeder für sich entscheiden, welche ihm mehr taugt. Die Originalfassung, die war auch früher freigegeben ab 18 Jahren, wurde dann neu geprüft und ist jetzt eben Uncut hier ab 16 Jahren freigegeben. Wir können auch noch ganz kurz hier nach unten schauen, sehen das Ganze nochmal hier aufgelistet. US-Fassung erstmals mit deutschem Ton ist hier mit dabei. Außerdem ein Audiokommentar mit dem Regisseur Magda Kaskos und weiteren Schauspielern. Dann haben wir noch weitere Featured und Interviews hier drauf, sowie Deleted Scenes und einen 28-seitigen Buchanteil mit einem Text von Tobias Hohmann sowie einem Vorwort vom Regisseur. Also das ist doch hier wunderbar. Und wenn wir uns die Tonspuren hier angucken, dann sehen wir, dass wir neben der deutschen DTS HD Master 5.1 Tonspur auch einen DVD-Mix hier noch mit dabei haben und eine englische Dolby Atmos Tonspur. So weit, so gut. Jetzt ist halt nur noch eine Sache, die einige Leute kritisiert haben und das kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen, denn den Film gibt es bereits seit 2022 in 4K Ultra HD. Das sehen wir hier zum Beispiel bei der Listung Amazon.com seit dem 13. November 2022. Und da ist es natürlich schade für die 4K-Fans, dass die 4K-Scheibe nicht mit dabei ist. Wieso die jetzt nicht mit dabei ist, das weiß ich leider nicht. Vielleicht lohnt sich auch diese 4K-Restaurierung nicht. Die meisten werden eh sagen, komm, hör mir auf. Bei dem Film brauche ich keine 4K-Umsetzung und andere wiederum hätten den Film in seiner bestmöglichsten Qualität. Das ist natürlich auch klar. Vielleicht schiebt Turbine Medien ja hier noch ein 4K-Media-Book hinterher oder irgendwann dann eine 3D-Version. Somit kommen wir zu Drive aus dem Jahre 2011 mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und ich denke mal, zu diesem Film muss ich nicht mehr besonders viel sagen, außer, dass der Film eben nochmal neu veröffentlicht wird in den USA im Steelbook, das wir hier abgebildet sehen zum 27. August 2024. Und dabei handelt es sich um eine 4K-Veröffentlichung inklusive Dolby Vision diesmal, die auch vom Regisseur Nicholas Winding-Raven abgesegnet wurde. Und an Bord befindet sich dann auch noch eine neue Featured namens Back in the Driver's Seat und hierbei gibt es dann eben Interviews mit dem Drehbuchautor, dem Editor, dem Komponisten Cliff Martinez und auch den Schauspielern Christina Hendricks sowie Ron Perlman. Das Steelbook selbst sieht richtig klasse aus. Ich ziehe das mal hier ein bisschen nach oben, damit man auch den Schriftzug erkennen kann. Also von den Motiven auf der Vorderseite und der Rückseite sieht das richtig klasse aus. Auch der Innenprint ist super gewählt. Eine tolle Veröffentlichung, die wir hier haben und das müsste jetzt mittlerweile schon das 8. oder 9. Steelbook sein. Das ist schon richtig krass, was mittlerweile von diesem Film so alles veröffentlicht wurde. Aber wie gesagt, jetzt dann eben mit 4K inklusive Dolby Vision und eben neuem Bonus-Material. Am 24. Mai 2024 feierte A Killer's Memory mit Michael Keaton in der Hauptrolle exklusiv bei Prime Video im Verleih von DCM. Seine Filmpremiere, eine ausführliche Kritik zum Film, habe ich bereits veröffentlicht. Diese findet ihr nochmal in der Infobox verlinkt und dort erfährt ihr dann nochmal ganz genau und ausführlich, worum es in dem Thriller mit Michael Keaton als Auftragskiller, welcher an Kreuzfeld Jakob erkrankt, geht. Hier in diesem Boxset, das mich jetzt noch erreicht hat, haben wir ein paar tolle Gegenstände, die im Film so vorkommen, wie zum Beispiel die coole Sonnenbrille, die Michael Keaton trägt und die wir hier nochmal auf der Rückseite dieser netten Postkarten abgebildet sehen. Dann gibt es noch einen coolen Stift mit dazu. Da steht auch nochmal A Killer's Memory mit drauf. Und zu guter Letzt haben wir dann sogar noch einen Notizblock. Wer den Film gesehen hat, der weiß, dass das Ganze eben auch so im Film vorkommt. Und dieses Boxset mit diesen Gegenständen zum Film, das möchte ich gerne an euch verlosen. Falls ihr daran Interesse habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Versieht das Ganze mit dem Hashtag A Killer's Memory und schon seid ihr dabei. Außerdem habe ich noch ein weiteres, richtig cooles Steelbook auf Amazon.com gefunden. Und zwar das Steelbook zu Spongebob The Movie aus dem Jahr 2004. Zum 20-jährigen Jubiläum wird Paramount in den USA zumindest eine Steelbook-Veröffentlichung hier releasen. Und zwar zum 16. Juli 2024. Dabei liegt der Film dann erstmalig in 4K Ultra HD vor, wie wir das Ganze hier lesen können. Und vom Artwork her sieht das Ganze recht witzig aus. Auch der Innenprint ist sehr farbenfroh und recht cool gewählt, wie ich finde. Also das ist richtig klasse. Und hier haben wir auch noch dieses technische Datenblatt abgebildet. Allerdings kann man das nicht größer machen. Und das ist so klein und verpixelt, dass wir hier die Special Features kaum lesen können. Die sind leider auch nicht hier in der Beschreibung aufgelistet. Das ist natürlich schade. Was wir aber hier entnehmen können, sind die Tonspuren. Und da haben wir eine englische, eine französische und eine spanische Tonspur mit an Bord. Wer weiß, vielleicht wird das Ganze auch bei uns eben veröffentlicht werden. Ansonsten Erscheinungstermin eben der 16. Juli 2024. Und wäre doch super, wenn dieses Steelbook dann auch bei uns in Deutschland erscheinen wird. Wenn wir schon von Steelbook sprechen, dann gucken wir uns doch gleich noch das deutsche Artwork zum Steelbook zu Furiosa Mad Max Saga an. Hier gab es ein Update bei Amazon.de. Jetzt sehen wir das finale Produktbild. Und das deckt sich mit dem Bild aus den USA, das wir bereits kennen. Und da können wir uns auch gleich die Vorderseite, Rückseite und auch den Innenprint des Steelbooks angucken. Wissen somit, was uns hier erwartet. Und ich finde es von der Gestaltung her auf jeden Fall schon mal sehr gelungen. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es leider noch nicht. Weder bei uns noch in den USA ist hier was angegeben. Das wird sich aber bestimmt in den nächsten Wochen ändern. Dann werdet ihr das hier auch garantiert in den Blu-Ray News erfahren. Was aber noch aufgetaucht ist, ist diese Five Film Collection in den USA auf Amazon.com. Und die kann sich definitiv von den Artworks her ebenfalls sehen lassen. Sieht sehr, sehr schick aus. Also das gefällt mir gut. Und vielleicht bekommen wir die ja auch dann irgendwann bei uns in Deutschland. Zum 25. Juli veröffentlicht Universal Pictures der Weiße Hai Teil Nr. 3 und 4 die Abrechnung in 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbooks. Darüber habe ich ja schon mehrfach in der Vergangenheit berichtet. Die Steelbooks waren jetzt ganz kurzfristig bei Amazon verfügbar zum Bestellen. Sind dort wieder ausverkauft. Aber wer mag, kann sich das Ganze noch beim Saturn ganz gemütlich bestellen. Und zwar zum Preis von 29,99 Euro. Hier findet ihr eben Teil 3 und 4. Von den Artworks her passt das ganz gut zu Teil 2. Aber nicht eben zum 4K Steelbook von Teil 1. Darüber habe ich ja auch schon berichtet. Was aber cool ist, ist, dass wir auf Groove.com der Seite uns bereits eben das komplette Artwork angucken können. Ich habe das Ganze auch hier mal vergrößert. Und da seht ihr dann eben die Vorderseite, die Rückseite und auch den Innenprint der jeweiligen Steelbooks. Ja, das haben wir auch hier beim vierten Teil. Und auch da kann man sich eben die Vorderseite, Rückseite und den Innenprint angucken. Muss somit nicht die Katze im Sack kaufen und kann sich dann entscheiden, jo, das ist es mir wert oder eben nicht. Außerdem hat Play & Pictures noch das komplette Programm für den August bekannt gegeben. Hier habe ich ein paar Sachen eben mir rausgepickt, die vielleicht für euch interessant sind. Da sind aber auch ein paar Sachen mit dabei, die schon bekannt sind, die jetzt neu aufgelegt werden. Oder einzeln, wie zum Beispiel eben das Terminator 2 Media Book in 4K Ultra HD, das bei der Endo-Skull Edition hier mit dabei war. Für alle Leute, die sagen, ich kann auf die Skull Edition verzichten, hätte aber gerne das Media Book in meiner Sammlung, erscheint dieses nun einzeln zum 15. August 2024. Ein Upgrade bei den Disks gibt es allerdings nicht. Dann haben wir hier noch die Western-Legenden-Reihe, die weitergeführt wird mit Missouri, ebenfalls zum 15. August 2024. Und hier haben wir dann ein Booklet von Fritz Göttler mit dabei. Dann geht es weiter mit der Creature Feature Collection. Hier haben wir die Nummer 10. Und dabei handelt es sich dann um der tödliche Schwarm, also der tödliche Bienenschwamm sozusagen. Der erscheint hier dann erstmalig auch in der rekonstruierten Langfassung mit über 40 Minuten mehr Insektengrusel. Das ist natürlich auch eine richtig tolle Geschichte. Dann geht es auch noch weiter für alle He-Man und Masters of the Universe Fans, die die Eternia Collection vielleicht verpasst haben. Hier veröffentlicht Play on Pictures das Ganze nochmal einzeln. Und Volume 1 erscheint dann zum 22. August 2024. Und zu guter Letzt habe ich mir hier noch rausgesucht, Helden aus der zweiten Reihe. Hierbei handelt es sich um eine Sportkomödie, wo eben der Streik aus den 80er Jahren im Profi-Football aufgegriffen wird. Und in dem Fall haben wir jetzt hier einen ehemaligen Coach der Washington Sentinels, nämlich Gene Hackman, der beauftragt wird, ein paar Ersatz- und Amateurspieler zu finden, die statt der streikenden Profis hier spielen. Und da hätten wir dann unter anderem auch Keanu Reeves mit dabei. Von dem gibt es dann im Bonusmaterial auch noch ein Interview sowie einen Audiokommentar vom Regisseur. Und der Film erscheint dann ebenfalls zum 22. August 2024. Also meine lieben Filmfreunde, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe Blu-ray News. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten und informiert. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine lieben Filmfreunde und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.